Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer weiteren Ausgabe One Piece Talk und Theorien. Diesmal mit einem sehr wichtigen Thema, nämlich der großen Frage, wann endet endlich One Piece? Und es gab neue Hinweise, nicht von Ichiro Oda selbst, es ist auch nichts von Ichiro Oda bestätigt. Und ich kann euch eines versprechen, wenn man Ichiro Oda fragt, Stand heute oder nächstes Jahr oder vor drei Jahren, dann sagt er immer das gleiche, nämlich One Piece endet in fünf Jahren. Das hat er im Grunde schon damals vor knapp 25 Jahren gesagt, weil das der ursprüngliche Plan für One Piece gewesen ist. Aber dann ist alles viel größer geworden, einer der wichtigsten Elemente in One Piece, die sieben Samurai der Meere wurden eingeführt. Und ja, wir sind bei fast 25 Jahren One Piece und von mir aus könnte es natürlich ewig so weitergehen. Und ich freue mich auch darauf, dass nach der Story noch mehr One Piece kommen wird. Ich hoffe zumindest darauf und ich denke, der Grundstein dafür ist gelegt. Hier kann ich euch auch das Interview mit Craig Werner aus dem letzten Jahr empfehlen, denn dort hat er auch nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht unmöglich ist, dass wir ein Two Piece, ein One Piece GT oder ein One Piece Super bekommen. Und ich freue mich schon darauf. Aber was sind das jetzt für neue Hinweise? Und zwar die Synchronsprecherin von Ruffy, nämlich Mayumi Tanaka, hat heute an diesem Tag ein Interview gegeben und hat gesagt, ihrer Einschätzung nach wird One Piece noch sieben bis acht Jahre lang gehen. Und sie hat auch noch spaßeshalber gesagt, sollte sie bis dahin in den Ruhestand gehen, dann würde sie ihre Synchronsprecherrolle an die Synchronsprecherin von Son Goku aus Dragon Ball abgeben. Kleiner Scherz hier am Rande, denn diese Synchronsprecherin ist bereits 85 Jahre alt, also weit älter als Mayumi Tanaka. Aber warum ist jetzt gerade diese Aussage so interessant? Das liegt einfach an der Aussage von Kohei Onishi aus dem letzten Jahr. Das ist ein Chefredakteur der Weekly Jonan Jump. Und er hat nicht gesagt, One Piece endet in einer gewissen Zeitspanne, sondern er hat gesagt, One Piece wird in etwa in 20 bis 30 Bänden beendet sein. Und wenn man sich jetzt das mal so ein bisschen grob überschlägt im Gehirn und man kann sagen, okay, 30 Bände, das sind in etwa so 310, 320 Kapitel und wir bekommen in etwa so 30 bis 35 Kapitel pro Jahr, dann kommt das mit den acht Jahren eigentlich schon ziemlich gut hin. Und ich denke, gerade diese beiden Personen müssen ja ein bisschen mehr darüber wissen, wie lang One Piece noch geht. Denn zum einen wird Mayumi Tanaka natürlich immer wieder angeheuert. Es werden Verträge gemacht, dass sie weiterhin natürlich die Synchronstimme von Ruffy ist. Und meiner Meinung nach sollte auch nie jemand anders da Ruffy sprechen. Und ich hoffe, dass Mayumi Tanaka auch noch lange gesund bleibt und ihn auch bis zum Ende der Story sprechen kann. Und zum anderen haben wir hier halt eben den Chefredakteur der Weekly Jonan Jump, der natürlich planen muss, weil er muss ja auch immer wieder neue Serien heranziehen. Und nicht jede Serie zieht natürlich so, wie One Piece zieht. Es ist immer noch der Dauerbrenner. Es ist nicht immer auf Platz 1 im Monat des meistgelesensten Mangas. Es ist auch nicht der meistverkaufte Band, aber es ist die Cash Cow von Shueisha. Und da kommt halt eben auch nicht mal Boruto dran, was so lange nicht so erfolgreich ist, wie der Ursprung Nahuto oder halt eben neuere Serien wie Demon Slayer, was sowieso schon ausgelaufen ist, oder Yuyutsu Kaisen. Das hoffen wir natürlich alles, dass es irgendwann mal wieder so eine Serie wie One Piece gibt, die dann auch dann das Ruder bei der Shueisha übernehmen kann. Aber solange das so ist, bleibt halt eben One Piece das Zugpferd. Und das ist in dem Fall nämlich wichtig, denn der muss da ein bisschen auch mit Oda sprechen und sagen, hey, was ist dann da jetzt Sache, wie dann können wir denn noch mit One Piece planen. Und da diese beiden Aussagen von Mayumi Tanaka und Kohei Onishi sich so gut übereinander dreien, also dass die so gut zusammenpassen, denn beide Aussagen kommen in etwa zum gleichen Zeitpunkt. Und es wäre doch auch irgendwie cool, wenn im Jahre 2030 One Piece enden würde, dann wäre es natürlich jetzt 33 Jahre lang gelaufen. Und ich finde, gerade diese beiden Zahlen passen doch irgendwie auch sehr gut für ein Ende von One Piece. Aber was bedeutet das jetzt für uns für die Story von One Piece? Es bedeutet, dass wir doch noch mit ein paar längeren Arcs rechnen können, denn die große Frage stand ja immer im Raum, wird Elbaf jetzt vielleicht ein kürzerer Arc, wo wir nur viele Informationen bekommen, wie beispielsweise der So-Arc oder der Reverie-Arc, der immer noch einer der besten Arcs ist, auch wenn er offiziell nicht als dessen angesehen wird, weil er eben so kurz ist. Aber er war ja auch deshalb so geplant, dass der uns so krasse Informationen geben könnte. Aber es könnte halt jetzt sein, dass Elbaf länger wird. Ja, der nächste große Arc, das ist ja auch etwas, was ich mir gewünscht habe. Aber ich sage ja auch immer wieder, auf den Seiten des Autors im Manga, das sind ab Band 4 bei One Piece die SBS-Seiten, gibt es halt eben drei Inseln, die von Oda von Anfang an angeteast wurden und die sehr wichtige Arcs und sehr viele wichtige Informationen beinhalten. Das ist zum einen natürlich Fishman Island, das ist Wano Kuni und das ist nun einmal Elbaf, die Insel der Riesen, wo es um die Wikinger gehen wird und Oda ist ein großer Fan von Wikinger, denn eine der ursprünglichen Inspirationen für One Piece ist nicht nur Dragon Ball mit Son Goku, nein, es ist Vicky und die starken Männer, tatsächlich sogar. Das kann man in einem Interview mit Oda nachlesen. Meine Meinung also, wie es nach dem Wano Kuni-Arc weitergehen könnte, wir könnten entweder wieder mal einen Zwischen-Arc bekommen, wie wir es jetzt beispielsweise zwischen Dressrosa und Whole Cake Island bekommen haben, mit dem So-Arc, wo viele Informationen getroppt wurden. Wir haben das erste Mal von den Road-Pornoglyphen erzählt bekommen, wir haben viel gelernt über den Kuzuki-Clan oder halt eben zwischen Whole Cake Island und Wano Kuni hatten wir den Reverie-Arc, der war so kurz, dass die Editoren selbst sagen, es zählt nicht mal wirklich als Arc und deswegen war er natürlich so geplant, dass wir sehr viele Informationen bekommen. Wir trafen auf Imusama und noch viele weitere Geheimnisse, die sich unter Mary Joa verbergen, wie beispielsweise der riesige Strohhut und deswegen hofft man natürlich nach wieder einem so langen Arc und wir hatten noch nie so einen langen Arc, dass wir wieder einen solchen Informations-Arc bekommen. Vielleicht wird das allerdings noch in den Wano Kuni-Arc integriert, denn sollte es dennoch aufgehen mit dem Fünf-Akte-Theorien-Plan für Wano Kuni, dass es quasi auf ein Kabuki-Stück basiert, dann könnte der fünfte Arc dafür genutzt werden, nämlich alles aufzuklären. Das ist nämlich der Nachspiel-Akt, wo dann alles nochmal aufgeklärt wird, alle Fragen beantwortet werden und auch das könnte quasi als dieser kleine Zwischen-Arc dienen. Ja, es ist also ähnlich wie wir es nach Enis Lobby hatten mit dem Post-Enis Lobby-Arc, der natürlich auch ein eigener Arc für sich ist und wir auch wieder viele Informationen bekommen haben, aber dann ist es halt eher der Post-Wano Kuni-Arc oder wie man ihn halt eben nennen möchte. Viele wollen, dass es danach zu einer anderen Insel geht, Sphinx Island wird hier oft genannt, aber an der Stelle mal eine kleine Aufklärung, das ist nur ein Fanname, ich finde den zwar auch ziemlich cool und benutze den auch dafür, damit jeder weiß, worum es geht, aber seitdem Marco ja nach Wano Kuni gekommen ist, kann er ja eigentlich im Grunde alles sagen, was er zu sagen hat auf Wano Kuni und muss die anderen nicht unbedingt jetzt mit zu seiner Insel nehmen, wobei das halt eventuell einen Weevil-Strang auslösen könnte, dass sie zusammen dorthin reisen und die ganze Insel wurde in Schutt und Asche gelegt von Edward Weevil, während Marco weg war, weil das war ja auch der Grund, warum er überhaupt nicht weg wollte. Und dann ist natürlich die große Frage, ist das Grab von Whitebeard und Ace auch auf dieser Insel? Es wird natürlich vermutet, aber bestätigt wurde es noch nicht, aber ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ziemlich hoch. Und dann kommt natürlich der nächste große Arc, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Elbaf. Das wird für mich der nächste krasse Arc werden, weil wir dort so viele Sachen einbauen können. Wir könnten Big Mom einbauen, sofern ihre Story auf Wano Kuni nicht beendet wird. Man kann Blackbeard reinbringen. Wir wissen, dass Shanks eine große Verbindung zu Elbaf hat, zu den Riesen, zu den Wikingern. Die Red Force, sein Schlachtschiff, ja, ist eines der Beispiele. Wir haben es im Ace-Manga gesehen, dass die Höhle, wo Ace ihn besucht hat, auch auf Elbaf gewesen ist. Und dieser riesige Baum, das muss aufgeklärt werden. Und meine kleine Theorie ist natürlich, dass dieser Baum die Verbindung zu einer Himmelsinsel ist, aber nicht nach Skypiea, sondern nach Birka, weil das ist im Grunde die Himmelsinsel, von der ich mehr erfahren möchte. Auch wenn diese Insel in Schutt und Asche liegen sollte, nach dem, was Enel dort angerichtet hat, können diese Ereignisse, was Enel dort getan haben, noch im Grunde hier einspielen und vielleicht sogar Einfluss auf Elbaf genommen haben, ohne es eigentlich zu wissen. Und auch in diesen Ruinen könnte eventuell noch ein Pornoklyph sein, weil warum eigentlich nicht? Ich denke, wenn Ichiro Oda das will, dann werden wir es auch so sehen. Und ja, wie geht es dann weiter? Kommen wir dann direkt nach Love Tale? Bekommen wir dann wieder einen Zwischen-Arc, wo wir dann wieder mehr Sachen erfahren? Oder werden wir das schon während des Elbaf-Arcs erfahren? Weil vielleicht ist Elbaf kein kurzer Arc mit Informationen und auch kein riesiger Arc wie natürlich Wano Kuni. Ich hoffe, es wird nie wieder so einen langen Arc wie Wano Kuni geben. Sondern es ist halt ein bisschen so ein Mix aus halt ein längerer Arc, aber mit sehr vielen Informationen. Denn so lange geht die Story dann halt eben auch nicht mehr innerhalb der Welt von One Piece, dass man jetzt noch mit den Geheimnissen sparsam sein müsste. Und dann könnte schon der nächste Weg und gegebenenfalls das vierte Road-Pornoklyph befindet sich auf Elbaf Richtung Love Tale. Und das könnte eventuell wirklich ein kurzer Arc werden, weil entweder wird das ein krasser Kampf-Arc, wo Blackbeard sich noch beteiligt und vielleicht noch eine zweite, dritte oder vierte Fraktion, die auch noch um das One Piece buhlt. Abgesehen natürlich von Blackbeard und Ruffy, dann könnte man das natürlich auch zu einem längeren Arc machen. Vielleicht so ein Marineford-Arc, wo dann richtig viel gekämpft wird. Und am Ende kommen dann diese ganzen Enthüllungen durch das Rio-Pornoklyph, durch Nico Robin und natürlich was das One Piece ist. Und dann erfahren wir, wohin es natürlich als nächstes geht. Und zwar gegen die Weltregierung, gegen Imusama. Dann erfährt man vielleicht, dass Imusama überhaupt existiert. Denn aktuell wissen wir nur, dass die fünf großen älteren Sterne, also die großen Gorosei, es wissen. Aber wer weiß sonst von Imusama? Ich glaube nämlich keiner. Abgesehen vielleicht von Doflamingo, der Imusama vielleicht als den Schatz von Mary Joa gesehen hat. Und dann haben wir natürlich den großen Krieg gegen die Weltregierung. Und da muss ich natürlich die Marine einmischen. Und vielleicht holt man sogar die Leute aus Impel Down, dass die helfen müssen. Und von der Gerichtsinsel Innis Lobby, weil ich gehe stark davon aus, wenn man Marineford wieder aufgebaut hat, hat man natürlich auch seine Gerichtsinsel irgendwie irgendwo wieder aufgebaut. Und man weiß ja noch immer nicht, was mit dem Loch unter Innis Lobby sie auf sich hat. Vielleicht spielt das auch nochmal eine riesengroße Rolle in One Piece. Und da bin ich einfach gespannt. Und ich denke, das kann man sehr gut in 300, 350 Kapitel abhaken. Und dann stimmt natürlich die Aussage von Koei Onishi. Und natürlich auch die Aussage jetzt heute am 01.01. von Mayumi Tanaka, dass One Piece noch etwa sieben bis acht Jahre geht. Ist für mich die realistischste Aussage. Wobei ich als Fan natürlich immer wieder hoffe, dass One Piece sogar noch länger gehen wird. Für mich sollte es nie enden, denn ich finde, One Piece ist einfach zu schön, dass es zu Ende gehen sollte. Ist absolut meine Meinung. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir mal in die Kommentare. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Ich sage Ade.